Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Senatorin Spranger, sehr geehrter Herr Fischer, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur neunten Sitzung des Ausschusses für Verfassungsschutz in der neunzehnten Wahlperiode. Ich heiße auch alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter willkommen, sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion und der Verwaltung. Herr Wansner ist, wie Sie sehen, heute verhindert, daher werde ich heute als ein Stellvertreter durch die Sitzung führen. Ich bitte die Medienvertreter außerdem noch, die hier Bilder machen, sich ab nun an im hinteren Teil des Ausschusssaales aufzuhalten, damit wir hier ungestört fortführen können. Einmal noch die Hinweise im Zusammenhang mit der Pandemie. Die ZuschauerInnen im Hause sind nach wie vor nur sehr eingeschränkt zugelassen. Deshalb stellen wir die Öffentlichkeit der Sitzung über einen Livestream auf der Seite des Abgeordnetenhauses her. Zudem wird die Sitzung in Raum 377 übertragen. Ich begrüße auch dort alle ganz herzlich, die uns auf diesem Wege zuschauen. Der öffentliche Teil der Sitzung wird aufgezeichnet und auch im Nachhinein über die Seite des Hauses abrufbar sein. Ich gehe daher auch davon aus, dass Sie alle mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Ich sehe keinen Widerspruch. Auch an dieser Stelle wie üblich der Hinweis, dass ich den Senat bitte zu signalisieren, wenn das Erfordernis einer nicht öffentlichen Sitzung beziehungsweise einer VS-Einstufung gesehen wird. Wir würden dann entsprechend beschließen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Und bei einer Einstufung ab VS-Vertraulich sind wir gehalten, in den Geheimschutzraum zu wechseln. Und hierzu der Hinweis, dass eine Sitzung im Geheimschutzraum aufgrund der geltenden Schutzmaßnahmen nur bei einer Verringerung der Teilnehmer in Zahl möglich ist. Wir haben uns darauf verständigt, dass in diesem Fall nur im Kreis der Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen stattfinden wird. Zu unserem Top 3 Neuköllner Begegnungsstätte NBS kann ich bereits jetzt ankündigen, dass wir für die Besprechung in den Geheimschutzraum wechseln müssen. Und wir kommen da nun zu Punkt 1 der Tagesordnung. Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses Instrumentalisierung der Energiekrise durch Verfassungsfeinde und Einflussnahme ausländischer Akteure auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Ich bitte um Einbringung und ich sehe, Herr Schrader, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja in diesem Ausschuss auch vor nicht allzu langer Zeit schon mal über ein ganz ähnliches Thema gesprochen oder über dieses Thema in ähnlicher Form, dass extrem rechte Kräfte, Verfassungsfeinde versuchen, das Thema Energiekrise für sich zu nutzen und daraus Stärke zu gewinnen und zu mobilisieren. Wir haben das heute noch mal auf die Tagesordnung genommen, weil wir auch damals schon festgestellt haben, dass das im Moment eine sehr fluide, dynamische Entwicklung ist und wir das regelmäßig weiter beobachten und diskutieren wollen, wie groß die Gefahren aus dieser Richtung sind, wie die Entwicklungen sind, welche Gruppierungen da mitmachen. Wir haben immer wieder auch in den letzten Wochen auch gesehen, auch gestern gab es wieder eine entsprechende Demo in Berlin vorgestern, wo bewusst Angst geschürt wird vor der Energiekrise, vor Armut, die aus dieser Krise entsteht, wo gezielt Sündenböcke gesucht werden, die nicht in dem Angriffskrieg Russlands bestehen, sondern in anderen Akteuren. Es werden antisemitische Erzählungen verbreitet, der Schulterschluss mit Russland gesucht. Das sind Phänomene, die uns immer wieder auch aufwecken sollten als Demokratinnen und Demokraten. Insofern wollten wir das hier noch mal auf die Tagesordnung setzen und würden uns auch freuen, wenn der Senat bzw. der Verfassungsschutz uns berichtet, wie er die aktuellen Entwicklungen wahrnimmt und bewertet. Dazu gehört auch, das haben wir auch mit in diesen Besprechungspunkt genommen, dass wir im Zusammenhang mit der Energiekrise auch immer wieder Anzeichen wahrnehmen, dass möglicherweise eine Einflussnahme ausländischer Akteure in unserem Land vorgenommen wird. Nur mal ein Beispiel, allein, dass wir über die Möglichkeit diskutieren im Moment, dass russische Kräfte hinter den Anschlägen auf die Bahninfrastruktur stecken könnten. Wir wissen, es ermittelt dort gerade das Berliner LKA und andere Behörden in diese Richtung, auch in andere Richtungen. Aber allein, dass wir darüber diskutieren, zeigt, dass hier Vorsicht und höchste Aufmerksamkeit geboten ist, dass wir ein Auge darauf haben müssen und unsere kritischen Infrastrukturen sichern müssen, schützen müssen und immer schauen müssen, wie wir das verbessern können. Insofern reicht das, glaube ich, zur Begründung dieses Besprechungspunktes. Wir freuen uns auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schrader. Wir kommen zur Stellungnahme durch den Senat. Frau Spranger, bitte. Ja, herzlichen Dank. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie bereits im August das entsprechende Thema hier im Ausschuss behandelt haben und ich finde es sehr gut, dass auch das Hohe Haus hier in diesem Ausschuss sehr intensiv damit beschäftigt. Deshalb bedanke ich mich auch dafür. Es ist so, dass der, oder ich kann eigentlich an die gesamte Debatte anschließen, was jetzt eben schon gesagt worden ist, der jetzige Fall von der Bahn, es ist so, dass die Polizei, das LKA jetzt die Ermittlungen aufgenommen hat. Es kann sein, dass selbstverständlich auch das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft sich damit beschäftigen wird. Das können wir aber von Landesseite nicht steuern. Das wird dann mit Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem LKA passieren. Es ist so, dass die, und auch das haben Sie gerade gesagt, dass die aktuelle Debatte um mögliche Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die hiesige Energie- und Wirtschaftssituation gerade die Verfassungsfeinde sehr bestärkt in ihrem Irrglauben, und das versuchen Sie ja auch in der Öffentlichkeit so kundzutun, das politische System insgesamt stünde kurz vor dem Zusammenbruch. Das ist natürlich das, was man auch vermitteln will. Das haben Sie ja schon angemerkt. Und das ist selbstverständlich nicht der Fall. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, schon seit längerer Zeit zur Sicherheit, wo wir auch mit allen Senatsverwaltungen, mit allen landeseigenen Unternehmen, mit allen Unternehmen in Berlin, die zur kritischen Infrastruktur gehören, sehr deutlich in Verbindung stehen und dort auch die entsprechende Hilfeleistung beziehungsweise dann eben auch die Auswirkungen entsprechend machen. Und ich möchte mir das, ich möchte Herrn Fischer dazu dann noch mit bitten, dann auch einige Ausführungen zu machen. Ich werde mich jetzt in meinen Ausführungen auf eine Sache bestrengen, und zwar die rechtsextremistische Szene. Also auf dieser Basis der Annahme haben sich insbesondere, also dass das politische System kurz vor dem Zusammenbruch steht, haben sich insbesondere Aktivitäten eben der rechtsextremistischen Szene, aber auch des Spektrums, und das wissen Sie, der Staatsdeliktimierer auch in Teilen der linksextremistischen Szene in den vergangenen Wochen sehr intensiviert. Zur linksextremistischen Szene wird dann Herr Fischer etwas sagen. Ich werde mich auf die rechtsextreme Szene erstmal beschränken. Hier in der rechtsextremen Szene ist es vor allem die Szene der verfassungsschutzrelevanten neuen Rechten. Das haben Sie ja schon beim letzten Mal auch miteinander besprochen, die natürlich den Diskurs auch dominiert. Das haben wir jetzt ja auch auf verschiedenen Veranstaltungen erlebt. Es sollen also Zweifel an der Handlungsfähigkeit von Politik und politisch Verantwortlichen gesät werden und zudem sollen breite Schichten der Bevölkerung verunsichert werden und für diese Gedanken, die Sie da ja sehr extrem auch in die Städte hineinbringen durch Demonstrationen, durch Veranstaltungen, durch Öffentlichkeit auch diese eigenen Ideen dann praktisch empfänglich gemacht werden. Teile der neuen Rechten sehen in der aktuellen Situation bereits das Potenzial zur Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften und Sie rufen eben bislang noch ohne nennenswerte Resonanz zur Bildung einer sogenannten Querfront auf. Darauf ist auch Ihre vor allem im Internet verbreitete Propaganda natürlich ausgerichtet und sie verbreiten praktisch Szenarien wie, also Untergangsszenarien wie Elitefeindlichkeit und sie versuchen darüber praktisch die aktuellen Diskurs zu manipulieren und eben auch die Bevölkerung außerhalb der eigenen Anhängerschaft dann auch anzusprechen und zu verunsichern. In einem rechtsextremistischen Monatszeitschrift werden regelmäßig entsprechende Beiträge gebracht und da zitiere ich mal, Bevölkerung friert, Estachement in Saus und Braus, das heißt also die Oberen leben so gut und ihr unten werdet vergessen und das ist praktisch eines der Sachen, die sie ganz massiv verbreiten und sie sagen natürlich auch die EU-Sanktionen, nur Deutschland ist der große Verlierer. Das sind alles solche Zitate, ohne dass sie mal darauf eingehen, was die einzelnen Bundesländer machen, was die Bundesregierung macht, das interessiert sie selbstverständlich nicht. Sie wollen eine gewisse Propaganda in die Öffentlichkeit hineintragen. Bislang verfängt sich diese Propaganda der neuen Rechten in Berlin nur begrenzt, das können wir feststellen, aber die Situation ist hier insofern nicht vergleichbar mit der Situation in den ostdeutschen Bundesländern, das muss man auch offen sagen. Trotzdem müssen wir natürlich als Bundeshauptstadt damit rechnen, dass Berlin als Hauptstadt natürlich und als politisches Entscheidungszentrum der Bundesrepublik im Fokus der Propaganda bleibt und Berlin dadurch auch zu stärkeren Aktionsort werden könnte. Das haben wir ja entsprechend gestern auch schon gemerkt. Sowohl die NPD als auch der dritte Weg betten das Thema Energieversorgung unabhängig von ihren Positionierungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in ihrer Erzählung von einem allgemeinen Staatsversagen mit ein. Und das passt praktisch in das, was ich vorhin schon gesagt habe, worum es eigentlich den beiden Parteien aber tatsächlich geht, zeigt die aktuelle Kampagne des dritten Weges, die den Titel trägt, die wahre Krise ist das System. Und das ist auch der Kern, um den es im Grunde genommen geht. Auch wenn die Akteure des traditionellen Rechtsextremismus längst nicht über eine so große Resonanz verfügen wie die neue Rechte, so wird das trotzdem alles instrumentalisiert und sie versuchen natürlich die aktuelle politische Situation so darzustellen, dass sie eben auch Kapital daraus schlagen. Das ist deren Ziel und das versuchen sie natürlich. Das ist jetzt erstmal ein erster Überblick über die rechtsextreme Szene und dann würde ich einfach mal Herrn Fischer bitten, jetzt nochmal auch über die linksextreme Szene einiges zu sagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich würde noch ganz kurz dazwischen schalten das Spektrum der Staatsdelegitimierung und auch dort nimmt das Thema Energieversorgung zunehmend mehr Raum ein. Dabei geht es allerdings weniger um eine klare Positionierung und zwar eine Positionierung auf einer Seite der Kriegsparteien, sondern vielmehr um eine anhaltende Diskreditierung von Politik und insbesondere von der Bundesregierung. Ähnlich wie bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden zahlreiche Verschwörungsnarrative bemüht, die darauf abzielen, das Vertrauen in staatliches Handeln zu untergraben und dieses Handeln eben, und darum heißt diese Bewegung so, zu delegitimieren. Ganz aktuell wird in der Szene beispielsweise breit über die Hintergründe der Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 spekuliert. In der gängigsten Erzählung werden die USA für die Anschläge verantwortlich gemacht und dabei wird das Narrativ aufgestellt, dies wäre ohne Billigung der Bundesregierung überhaupt nicht möglich gewesen. Damit wären die Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 nichts weniger als, ich zitiere, eine offene Kriegserklärung der Bundesregierung gegen die eigene Bevölkerung. Zitat Ende. Anders als bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind die Staatsdelegitimierer aber momentan nicht die treibende Kraft bei der Instrumentalisierung des Themas Energieversorgungssicherheit. Das sind aktuell, Frau Senatorin Spranger hat es eben gerade ausgeführt, die Gruppierungen und Protagonisten aus dem Bereich der sogenannten neuen Rechten, also Rechtsextremisten. Ich komme jetzt zum Linksextremismus. Auch dort gewinnt das Thema Energieversorgung an Bedeutung. Einzelne Gruppierungen rufen dazu auf, die Proteste nicht nur Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten zu überlassen, sondern auch eigene Aktionen durchzuführen. So veröffentlichte die Postautonome Interventionistische Linke einen entsprechenden Beitrag unter dem Titel Winter is Coming Zeit, Feuer zu machen. Darin wird dazu aufgerufen, das Thema Energieversorgung mit anderen Themen zu verbinden und damit selbst auf die Straße zu gehen. Und der Beitrag endet dann mit dem Aufruf, Zitat, Let's Choose Communism. Neben den Postautonomen greift auch die autonome Szene das Thema Energie und Daseinsvorsorge auf. Unter dem Motto Preise runter oder einem anderen Motto der Preis ist heiß initiierten die Angehörigen der Szene in den letzten Wochen Protest im Wedding und auch in Kreuzberg. Die Resonanz darauf blieb allerdings mit einer Beteiligung im unteren dreistelligen Bereich bislang verhalten. Trotzdem zeigen diese Beispiele, dass auch aus dem linksextremistischen Spektrum in den nächsten Wochen und Monaten mit entsprechenden Kampagnen zu rechnen sein dürfte. Und um das Bild abzurunden, will ich auch noch einmal auf das islamistische Spektrum eingehen. Hier spielt zwar das Thema Energieversorgung bislang keine Rolle, allerdings wird der Krieg in der Ukraine durchaus von Terrororganisationen wie Al-Qaida und dem IS thematisiert und hervorgehoben wird dort die vermeintliche Ablenkung der Sicherheitsbehörden, die durch Anschläge insbesondere auf die Infrastruktur ausgenutzt werden könnte. Und ich möchte allerdings auch Gelegenheit nehmen, hier zu betonen, dass uns gegenwärtig keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung Berlins aus diesem Bereich vorliegen. Abschließend möchte ich noch auf die Einflussnahme ausländischer Akteure eingehen. Wir hatten in der letzten Sitzung bereits über die Einflussnahmeaktivitäten russischer Nachrichtendienste gesprochen und Herr Staatssekretär Ackmann hat in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hingewiesen, dass das Thema Energieversorgung einen immer größeren Raum in der russischen Propaganda einnimmt. Aktuell spielen dabei die Sabotageakte gegen die Pipelines Nord Stream 1 und 2 eine große Rolle. Das gängige Narrativ der russischen Propaganda lautet, dass Russland als Verdächtiger nicht in Betracht komme, da es keinen Vorteil aus einer solchen Aktion ziehen könne. Stattdessen wird breit über die möglichen Hintergründe der Anschläge spekuliert und es werden andere Staaten als Verdächtige benannt. Was darüber hinaus bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass russische Gaslieferungen von prorussischen Akteuren nur sehr zurückhaltend thematisiert werden. Es werden keine Lieferstops kommentiert, sondern es wird vielmehr immer wieder die vermeintliche Bereitschaft Russlands zur Lieferung von Gas betont. Damit leisten prorussische Kanäle den Narrativvorschub, dass die Verantwortung für mögliche Energieengpässe allein bei der westlichen Seite lege. Was daran auffällig ist, ist, dass sie damit dasselbe Narrativ bedienen, das eben von Frau Spranger schon dargestellt wurde und eben von rechtsextremistischen Propagandisten verfolgt wird. Und zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und seine möglichen Auswirkungen auf Deutschland aktuell in nahezu allen extremistischen Phänomenbereichen das dominierende Thema sind. Was die Anschläge auf den Bahnverkehr vom Wochenende angeht, weil danach gefragt worden ist, möchte ich nochmal das wiederholen, was Frau Spranger eben gesagt hat. Dort finden jetzt Strafermittlungen statt und die warten wir ab. Und solange die eben nicht irgendein Ergebnis bringen, kann ich Ihnen hier leider auch jetzt keine verlässlichen Auskünfte erteilen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Spranger. Vielen Dank, Herr Fischer. Wir kommen nun zur Aussprache. Ich habe schon eine Wortmeldung gesehen und nehme weiter auch entgegen und würde dann das Wort an den Herrn Kollegen Schrader übergeben. Ja, vielen Dank erst mal für den Bericht. Ich habe da noch zwei, drei Nachfragen zu, Anmerkungen. Sie sagten ja, dass ganz besonders die neue Rechte aktiv ist, dieses Themenfeld für sich zu gewinnen. Daher nochmal meine Frage, welche Akteure der neuen Rechten sehen Sie denn in Berlin als besonders aktiv an, als besonders bedeutungsvoll? Das ist natürlich keine Entwicklung, die auf Berlin beschränkt ist und in anderen Bundesländern gibt es durchaus stärkere Akteure der neuen Rechten, würde ich behaupten. Aber weil wir ja hier den Fokus auf Berlin haben, hätte ich nochmal diese Frage. Nochmal zu der Frage nach politischen Forderungen. Wir haben hier vor einiger Zeit auch darüber diskutiert, dass es in der extremen Rechten eine gewisse Indifferenz oder Spaltung gibt bei der Frage, wie steht man zu Russland, wie steht man zum Angriffskrieg? Dass einerseits Russland als Feind angesehen wird und die Ukraine geschützt werden soll vor der Invasion Russlands. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Akteure in der Szene, die den Schulterschluss mit Russland suchen und sich dann folglich gegen die Ukraine stellen. Nun ist bei entsprechenden öffentlichen Aktionen meines Erachtens eher eine Tendenz wahrzunehmen, die sich gegen die Abschottung auch von Flüchtlingen, Geflüchteten aus der Ukraine wendet. Also sozusagen unter dem Motto, jetzt muss hier Deutschland zuerst gelten, will man sich diese Geflüchteten fernhalten, um ja sozusagen die, wird ja auch immer behauptet, dass das zur Armut oder zum sozialen Abstieg von Menschen hier beitragen würde. Das passt insoweit ins Narrativ. Aber meine Frage wäre nochmal, wie Sie das bewerten und ob Sie auch diese Tendenz sehen. Ich, wie gesagt, könnte das, nehme das zumindest bei Versammlungen in der jüngeren Vergangenheit so wahr. Und in der öffentlichen Debatte wird das ja mitunter auch sogar von konservativer Seite befeuert, diese Debatte, indem man Geflüchtete aus der Ukraine als Sozialtouristen bezeichnet und ihnen sozusagen die Legitimität abspricht, hier in unserem Land Schutz zu suchen. Dritte Frage. Sie werden wahrscheinlich nicht groß was dazu sagen können, aber können Sie denn direkte, wahrscheinlich eher indirekte Unterstützung, Einflussnahme aus Russland für bestimmte Gruppierungen, die hier im Rahmen der Energiekrise aktiv sind, insbesondere aus der extremen oder neuen Rechten wahrnehmen. Und zum Schluss vielleicht nochmal eine Anmerkung zu dem, was Sie zu den autonomen Gruppierungen gesagt haben. Also ist denn nicht im Grunde gerade die Thematisierung der Energie, des Energiethemas und der Betonung der Daseinsvorsorge gerade keine verfassungsfeindliche Bestrebung? Oder macht es allein, wenn bestimmte autonome Gruppierungen das so machen, macht es das schon zu einer verfassungsfeindlichen Bestrebung? Also das würde mich mal aus Ihrer Sicht interessieren. Sie wissen ja, dass wir da ein bisschen andere Auffassungen haben, was die Beobachtung von bestimmten Gruppierungen angeht. Aber ich würde jetzt erst mal nicht behaupten, dass aus solchen Aktionen irgendeine Form von Gefahr für die demokratische Grundordnung ausgeht. Danke. Vielen Dank. Ich würde erst mal sammeln, wenn das okay ist. Genau, dann habe ich Herr Lehmann gesehen von der SPD. Ja, vielen Dank und vielen Dank an den Senat für den Vortrag zu den Fragen. Meine Fragen beziehen sich mehr weg von direkt Russland, sondern allgemeiner. Wir haben doch die verschiedensten Verschwörungstendenzen und Benutzung von Gegebenheiten. Also Energiekrise kann man ja auch viel früher denken sozusagen. Also die wir auch durch die nicht angepasste Entwicklung, also wenn Bayern nicht mitgemacht hat bei Windrädern und so, das spielt ja alles rein sozusagen in die Energiekrise. Es ist ja nicht nur Russland und der Krieg. Wo kriegen denn die, die das ausnutzen, die Spenden her oder gibt es da Änderungen im Spendenaufkommen? Sie sprachen vorhin von sogar Broschüren, die da gedruckt werden und die Telegram-Kanäle, die brauchen doch auch eine intensive Betreuung, Mitarbeitende, die sich darum kümmern. Also wie besorgen die sich die Kohle, um das aufrechtzuerhalten? Und meine zweite Frage ist auch ein bisschen auch allgemeiner, also nicht genau Energiekrise, aber es passt hier in unsere Krisensituation, die wir generell haben. Der große CDU-Vorsitzende hatte neulich ein Beispiel da mit Touristen oder Sozialukrainern genannt. In einem Interview hat sich dann auch entschuldigt, aber ich komme, das wollte ich nicht thematisieren. Ich wollte das, was daraufhin erfolgte, thematisieren. In der ARD stand bei den Tagesthemen eine interessante Auseinandersetzung damit, dass erst haben pro-russische Kräfte das benutzt, um zu sagen, guck mal, gegen die Ukrainer in Deutschland wächst der Widerstand. Und als Merz sich dann entschuldigt hat, haben die gesagt, guck mal, jetzt muss er zurückrudern, so sehr steht er auch unter Druck von der Staatsräson. Wie ist denn da die Möglichkeit, unsere Bevölkerung aufzuklären, dass sie viel aufmerksamer weiß, was man sagen kann, was man nicht sagen kann? Gibt es da eine Art Handreichung? Also selbst wenn ich noch ein einfacheres Beispiel nehme, was kann ich runterladen, um meiner Großmutter zu zeigen? Guck mal, so einfach ist das mit diesen Verschwörungstheorien oder so. Vielen Dank. Dann Herr Krestel. Ja, geschätzter Kollege Lehmann, was Sie da gerade am Schluss sagten, lässt mich jetzt so ein bisschen ratlos hier zurück. Also ich hoffe doch nicht, dass wir jetzt hier staatliche Stellen mittlerweile haben oder planen, die also Handreichungen herausgeben, was die Bürger also sagen können und was sie nicht können. Das ist doch im Rahmen der Eigenverantwortung zu regeln, in einer freiheitlichen Demokratie. Aber das haben Sie wahrscheinlich auch nicht so gemeint, wie das jetzt also formuliert war. Ja, weil es mich noch mal interessieren würde, wäre in der Tat auch dieses ambivalente Verhalten des rechten Randes, des politischen Spektrums. Ja, also eigentlich haben die ja Jahrzehnte lang hier immer mit Russland hier die ehemalige Sowjetunion hier mit so assoziiert und waren denen nicht wohlgesonnen. Aber zugleich ist da also auch so diese psychologische, für mich schwer erklärbare, diese gewisse Bewunderung zu so einem, man möchte fast sagen Führer wie Putin, ja, der da so ein Volk da so richtig hier an die Kandarren nimmt und dann da loslegt. Also das wäre auch mal eine Untersuchung wert, wenn jemand hier nationalistisch orientiert ist, wie die sich dann zugleich hier an so einen hier ausländischen Anführungsstrichen immer gesprochen Führer oder derartig anlehnen können. Und dann würde mich mal interessieren, weil Sie auch die Autonomen hier ansprachen, Herr Schrader hatte das ja gleich kritisiert. Also ich bin jetzt auf der linken Seite des politischen Spektrums hier angekommen. Das ist doch letztlich so, dass die nicht automatisch hier sakrosankt werden, denn wenn Sie sich Gedanken um die Energiefinanzierung oder ähnliche Dinge machen, das Entscheidende bei den Leuten ist doch immer, welche Methoden Sie denn zur Problemlösung ventilieren und möglicherweise sogar vorschlagen. Und da vermute ich mal nicht, dass wir eine Spendensammlung, sondern eher geschickte, direkte Aktionen organisieren wollen, weil das Ziel und der Fehler liegt ja auch bei denen immer im politischen System, auch wenn die zwei Herren Schrader nicht so durchkamen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Standfuß. Ich habe auch noch eine Nachfrage. Wenn man sonst nicht viel hat, eignet sich Sozialtourismus natürlich immer, um den Wahlkampf so ein bisschen anzufeuern. Einmal, zweimal, dreimal hören dann vielleicht heute noch, schauen wir mal. Aber mich interessiert was anderes. Mich interessiert, ob Sie hatten im Zusammenhang mit den Akteuren auf der rechten Seite immer mit Staatsdelegitimierern gesprochen und das war jetzt aber auf der Linken bei der Autonomen nicht der Fall. Gibt es denn dafür Erkenntnisse oder haben Sie das jetzt nur an der Stelle nicht angewandt? Ist es aber trotzdem ähnlich, dass auch da staatliche Strukturen in Frage gestellt werden? Das würde mich noch mal interessieren. Ich würde, wenn es jetzt erstmal keine weiteren Fragen gibt, an den Senat zur Beantwortung übergeben. Frau Spranger, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Fragestellung. Ich werde anfangen mit Einzelnen beantworten und dann wird Herr Fischer weitermachen. Die erste Frage ging ja noch mal klar um die neue Rechte. Also anders als die traditionellen Rechtsextremisten verzichtet einfach die neue Rechte in öffentlichen Stellungnahmen, das habe ich ja vorhin schon mal angemerkt, weitgehend um herkömmliche rechtsextremistische Argumentationsmuster. Das machen die bewusst nicht, das ist natürlich ein Kalkül, weil dieser Verzicht ist praktisch ein strategisches Kalkül. Das habe ich vorhin schon mal versucht auch zu sagen, denn die neue Rechte setzt darauf, eine möglichst breite Öffentlichkeit mit sich zu nehmen und polarisiert dadurch natürlich auch. Und deshalb finden die meisten Kampagnen eben auch im Netz statt. Also sie versuchen praktisch durch die sozialen Medien den Diskurs zu manipulieren und damit eben auch die Deutungshoheit zu bekommen. Das ist deren Ziel und sie wollen damit natürlich die Themen setzen und für sich, anders als man sonst die rechtsextreme Szene von NPD und so weiter kennt, dann praktisch die entsprechenden Sachen durchzusetzen. Und das ist insbesondere natürlich das demokratiegefährdende Potenzial auch in dieser neuen Rechten. Denn es geht ihr darum, rechtsextremistische Positionen als vermeintlich normale Position mehrheitsfähig erscheinen zu lassen und das dann eben auch zu machen. Deshalb haben sie ja schon richtigerweise auch gesagt, Berlin ist damit jetzt als solches mit den Demonstrationen noch nicht in erster Linie. Aber wir müssen natürlich schauen, wie sich das auch weiterentwickelt. Zurzeit geht es meistens eben über diese sozialen Medien. Dann möchte ich eine Sache sagen und zwar die Tendenzen, Unterlagen, wie kann man die Bevölkerung mitnehmen. Also erstmal, was für mich sehr, sehr wichtig ist, auch als Senatorin. Ich möchte natürlich, dass das, was wir als Land Berlin jetzt an Hilfsmaßnahmen beschlossen haben, was wir dann jetzt auch im Nachtragshaushalt machen, möchte ich natürlich, dass den Berlinerinnen und Berlinern da sehr klar gesagt wird, wo bekommen sie welche Hilfsmaßnahmen. Das ist für mich jetzt aktuell das Wichtige und nicht, was wir leben in einer Demokratie. Das heißt also, ich kann niemandem vorschreiben, was er zu sagen oder zu denken hat. Aber ich möchte natürlich den Berlinerinnen und Berlinern sehr klar sagen, wir richten einen Hilfsfonds ein und diesen Hilfsfonds, wie kommt ihr an euer Geld? Wie kommt ihr an das Wohngeld? Weil wir werden eine Verdreifachung der Wohngeldempfänger haben, wenn ich da mal jetzt so ausschweifen darf, weil das ja hier so anklingt. Wir haben natürlich, wo man sich bilden kann, haben wir natürlich selbstverständlich die Landeszentrale über der politischen Bildung. Das ist natürlich jetzt auch wichtig, dass wir da auch mit Schulen und so weiter, dass dort auch gerade die Jugendlichen, die ja auch von dieser rechtsextremen Szene sehr klar angesprochen werden, dort mitgenommen werden und da auch eine politische Bildung erfolgt. Das macht natürlich die Landeszentrale für politische Bildung. Und wenn Sie noch mal auf Verschwörungstendenzen eingehen wollen, der Verfassungsschutz hat in seinem Jahresbericht von 2020, ist da noch mal sehr genau auch drauf eingegangen. Auch das kann dort nachgelesen werden und das ist ja damals auch entsprechend veröffentlicht worden. Insofern kann ich nur noch mal darauf hinweisen, dass man wirklich das, was das Land Berlin, was der Bund machen will, dass das an die Menschen rankommt. Das ist für mich jetzt zurzeit das Wichtigste, weil wir werden ja einen riesigen Nachtragshaushalt verabschieden und da ist es mir wichtig, dass das bei den Berlinerinnen und Berlinern, die wirklich einen Anspruch darauf haben, dass die wissen, das Land Berlin macht etwas für sie und selbstverständlich muss der Bund das dann auch entsprechend veröffentlichen. Dann würde ich jetzt erst mal an Herrn Fischer verweisen. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, um vielleicht noch mal aufzugreifen, welche Akteure sehen wir hier bei der Neuen Rechten? Ich kann zwei nennen in öffentlicher Sitzung. Das wäre die Identitäre Bewegung und das ist auch das Kompaktmagazin. Darüber hinaus gibt es vielleicht noch die eine oder andere dazu. Die kann ich aber nicht in öffentlicher Sitzung namhaft machen. Was das Thema Fernhalten von Flüchtlingen angeht, ja, das Thema gewinnt an Bedeutung, aber auch da ist eben noch keine einheitliche Position im rechtsextremistischen Milieu vorfindbar im Augenblick. Sie wissen, der dritte Weg, ich habe das in der letzten Sitzung, glaube ich, schon mal gesagt, unterstützt sehr stark die Ukraine. Andere beziehen pro russische Positionen. Insofern ist dann auch klar, dass dieses Thema etwas ist, was auch kontrovers noch ist. Aber Sie haben völlig recht, Herr Schrader, das Thema gewinnt an Bedeutung. Was direkte Unterstützung aus Russland angeht, würde ich mir wünschen, ich könnte Ihnen hier konkrete Erkenntnisse präsentieren, kann ich aber leider nicht. Was wir sehen, ist eher die demokratiefeindliche Agenda, die immer wieder durchscheint und eine grundsätzliche Demokratieablehnung in den entsprechenden Foren dort. Aber ich kann jetzt nicht irgendwelche konkreten Dinge hier darstellen. Dann die Frage, ob das Besetzen eines Themas, das Thema durch Verfassungsfeinde oder in dem Fall Linksextremistinnen und Linksextremisten das Thema gleich zu einer verfassungsfeindlichen Fragestellung macht, das ist natürlich nicht der Fall. Selbstverständlich nicht. Aber es ist natürlich so, dass auch Linksextremistinnen und Linksextremisten bestimmte gesellschaftlich relevante und wichtige Themen besetzen. Das tun sie in vielerlei Hinsicht und kommen da vielleicht auch nachher noch drauf. Und da ist es eben so, dass dort eben auch Linksextremisten sich jetzt auch bei der Frage der Energieversorgungssicherheit einbringen. Und wenn man dann seinen Beitrag beschließt mit Choose Communism, dann ist es einfach schwer, nicht dazu zu kommen, dass es sich hier vielleicht um verfassungsfeindliche Ausgangssituationen handelt. Das dazu dann zu Herrn Standfuß. Staatsdelegitimierung ist bei uns ein eigenes Beobachtungsfeld, das wir so genannt haben, weil es ganz gut konkretisiert, worum es denen geht. Aber auch in allen anderen Extremismusvarianten, Phänomenbereichen finden Sie natürlich Versatzstücke von Staatsdelegitimierung auch. Also das haben jetzt nicht nur die Staatsdelegitimierer für sich alleine exklusiv, sondern das ist etwas, was Sie auch im Linksextremismus, im Rechtsextremismus, bei den Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern finden und auch natürlich im Islamismus, weil es denen natürlich darum geht, dieses System anzugreifen. Also wenn Sie so wollen, der Kernbereich von Extremismus, von Verfassungsfeindlichkeit. Ja, vielleicht habe ich damit das meiste jedenfalls abgeräumt. Vielen Dank, Frau Senatorin. Vielen Dank, Herr Fischer. Wir werden nochmal in eine zweite Runde einsteigen, da es noch Fragen gibt. Wer auch nochmal drankommen möchte, kann sich gerne melden. Als nächstes habe ich Frau Amadi von den Grünen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Standfuß, keine Sorge, ich werde nicht auf Sozialtourismus eingehen. Zweimal reicht. Auch vielen Dank für die Ausführungen. Zwei konkrete Fragen hätte ich noch, und zwar zum Thema kritische Infrastrukturen, ob es jetzt bereits konkrete Maßnahmen dazu gibt, sie sicherzustellen, vor allem im Hinblick auf Cybersicherheit. Und des Weiteren würde ich auch gerne wissen, welche Medien dann von den Staatslegitimierern und jetzt auch in dem Fall der Diskussion heute bevorzugt werden, außer Telegram natürlich, was uns allen bekannt ist. Teilweise auch Facebook, aber hauptsächlich Telegram. Und ob TikTok hier auch eine Rolle spielt. Vielen Dank. Ich sehe sonst keine weiteren Wortmeldungen und würde dann nochmal an den Senat übergeben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir entsprechende Krisenstäbe auch in den einzelnen Senatsverwaltungen eingerichtet haben. Und das läuft selbstverständlich. Wir haben natürlich auch, was Cybersicherheit angeht, dort sehr klar auch die Sicherheitsmaßnahmen natürlich verstärkt. Das müssen wir auch, weil es natürlich zunehmend auch dort Angriffe gibt. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir auch die entsprechenden Unternehmen selbstverständlich unterrichtet haben und mit denen zusammenarbeiten. Das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, weil das muss in diesen Krisenstäben zusammengeführt werden, damit auch die Erfahrungen in den Unternehmen, das sind ja nicht nur landeseigene Unternehmen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch alle sensibel darauf reagieren. Sie selber wissen auch als Abgeordnete, wie auch die Abgeordneten bereits einzelne Mails erhalten haben, die dann sehr gefährlich auch werden können, wenn man darauf reagiert. Das heißt also, die Angriffe müssen natürlich auch so bewertet werden, dass wir die Sicherheit auch gewährleisten. Also insofern, wir beschäftigen uns damit. Frau Abgeordnete, Sie werden verstehen, dass ich jetzt einzelne Maßnahmen hier nicht öffentlich darstellen werde, weil wir sind hier in der Öffentlichkeit und das, was wir tun, machen wir natürlich so, dass wir die Sicherheit für die Berlinerinnen und Berliner darstellen, aber auch für die Unternehmer. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber Sie können damit rechnen, dass wir das sehr klar im Fokus haben. Dankeschön. Ja, wenn ich dann noch ergänzen darf. Sie hatten nach den Medien gefragt. Da muss man sagen, grundsätzlich legen die sich keine Beschränkungen auf, sondern es werden alle zur Verfügung stehenden Medien bespielt, um eine möglichst große Reichweite herzustellen. Derzeit zentral ist aber nach wie vor Telegram, auch gut erreichbar und auch für die Verantwortlichen, die da posten und einstellen, relativ sicher. Ich will aber jetzt nicht ausschließen, dass es eben auch über TikTok sein kann. Allerdings ist das Format eher etwas für jüngere Leute. Und wenn man sich den Altersdurchschnitt ansieht, dann macht es schon Sinn, da mit Telegram umzugehen, weil das doch auch ermöglicht, größere Inhalte auch dann zu verbreiten. Also, halt noch mal fest, es ist alles im Schwerpunkt Telegram. Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht. Es wurden ja auch zwei Themen angesprochen, die wir hier nicht in öffentlicher Sitzung besprechen können. Daher würde ich auch vorschlagen, dass wir den Tagesordnungspunkt zumindest kurz noch mal in der nicht öffentlichen Sitzung aufrufen werden, um den dann abschließend zu behandeln. Deshalb würde ich den Tagesordnungspunkt hier im öffentlichen Teil schließen, bis wir dann in nicht öffentlicher Sitzung dann den abschließend beraten können und weitergehen mit Punkt 2 der Tagesordnung. Ebenfalls eine Besprechung gemäß 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung, Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu Botschaftsaktivitäten oder Tätigkeiten iranischer Geheimdienste oder anderer Akteure in Berlin im Kontext der Iran-Proteste, angemeldet der Fraktion der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Und die Begründung würde Frau Ahmadi von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen übernehmen. Sie haben das Wort. Auch hier vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich versuche es kurz zu machen. Die Proteste im Iran, die sind mittlerweile in vierter Woche. Das Regime geht brutal gegen Protestierende vor. Menschen werden direkt auf der Straße erschossen und es sieht aus, als würde es noch länger dauern und intensiver werden. Auch in Berlin fanden die letzten Wochen noch große Solidaritätsveranstaltungen statt. Die werden auch in den nächsten Tagen nochmal auf uns zukommen und im Hinblick bzw. rückblickend auf historische Erkenntnisse, was wir auch mit iranischen Geheimdiensten und Tätigkeiten im Deutschland, vor allem im Ausland generell haben, aber auch in Berlin ganz besonders. Es ist 30 Jahre her und zwar genau 30 Jahre her, dass das große Terroranschlag im Restaurant Mykonos in Berlin-Wilmersdorf stattgefunden hat. Und da würde ich genau wissen, also genau nicht, bei dem dann Oppositionelle und Journalistinnen getötet wurden. Und daher würde ich gerne wissen, ob sie Erkenntnisse über die aktuellen Tätigkeiten haben, was die Aktivitäten von Botschaft und auch von iranischen Geheimdiensten in Berlin in Verbindung zu den aktuellen Protesten gibt und ob es bereits Vorsichtsmaßnahmen empfohlen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Amadi. Ich würde dann das Wort zur Stellungnahme an Frau Senatorin Spranger übergeben. Ja, herzlichen Dank. Ich darf damit beginnen, dass uns aktuell zu den Aktivitäten iranischen Geheimdiensten im Kontext der aktuellen Proteste jetzt nicht vorliegen. Der Hauptakteur im Bereich der iranischen Nachrichtendiensten ist ja meist das MOIS. Das haben Sie ja mit Sicherheit schon gehört. Beim MOIS handelt es sich sowohl um einen zivilen Inlands- als auch einen Auslands-Nachrichtendienst, um das nochmal hier auch klar zu erklären. Darüber hinaus müssen wir davon ausgehen, dass neben dem MOIS-Teile der auch nachrichtendienstlich agierenden Quds Force, das sind die iranischen Revolutionärs- oder Revolutionsgarden in Deutschland aktiv sind. Die Aktivitäten beider Dienste sind auf die Informationsbeschaffung in verschiedensten Bereichen gerichtet. Schwerpunkte des iranischen Aufklärungsdienstes bilden neben der Außen- und Sicherheitspolitik auch israelische und jüdische Einrichtungen und Informationen, mit denen die Sanktionen gegen den Iran unterlaufen werden können. Zu den Interessen der iranischen Dienste zählen aber auch die in Deutschland aktiven iranischen Oppositionsgruppen, das haben Sie ja jetzt eben schon benannt. Diese Aktivitäten gegen Oppositionelle dürfen vor dem Hintergrund auch der jetzt aktuellen Entwicklungen im Iran natürlich zugenommen haben. Das merken wir ja hier auch jetzt in Deutschland. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Hinweise auf diese Aktivitäten haben, müssen wir aber davon ausgehen, dass auch bei Veranstaltungen, die auch hier jetzt in Berlin stattfinden, die zur Unterstützung der Opposition und insbesondere der Frauen im Iran stattfinden werden, im Fokus iranischer Dienste stehen werden. Das wird so sein und das wird auch noch zunehmen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man diese Bilder aus dem Iran sieht, das ist schon sehr schrecklich, was dort stattfindet und ich habe totale Hochachtung davor, was die Menschen, die sich gegen dieses Regime stellen, auch wirklich im Iran leisten. Denn für die Sicherung des Herrschaftsanspruchs des iranischen Regimes ist es natürlich von großer Bedeutung, mögliche Oppositionelle auch im Ausland zu identifizieren und so ihre Aktivitäten auch zu hindern. Und das heißt also, das werden Sie natürlich in Berlin dann auch versuchen. Um dies weiter aufzuklären, stehen wir natürlich im sehr, sehr engen Austausch auch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Das vielleicht als erste konkrete Antwort auf die Fragen. Vielen Dank, Frau Senatorin Spranger. Ich schaue in die Runde. Gibt es Nachfragen? Die sehe ich an dieser Stelle nicht und damit würden wir dann auch Punkt 2 der Tagesordnung abschließen und kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung. Das ist wie vorher angekündigt, der Tagesordnungspunkt zur Neuköllner Begegnungsstätte und den werden wir am Ende der Sitzung im Geheimschutzraum behandeln. Die Frage ist, ob von Seiten des Senats noch eine Begründung nachher vorgelegt wird, warum dies hier in nicht öffentlicher Sitzung besteht. Ich sehe einen Kopfschütteln. Das heißt, wir werden die Begründung nachher für die Einstufung im Geheimschutzraum begründet bekommen. Aber die CDU hat trotzdem die Möglichkeit, wenn gewünscht, bereits hier die Begründung des Besprechungsbedarfs öffentlich zu machen. Wenn Sie wollen, können wir das aber auch im Geheimschutzraum machen. Sie haben da die freie Auswahl. Naja, die Aufgabenstellung sozusagen könnte ich jetzt hier an der Stelle auch noch mal verlesen an den Senat, welche Frage wir da beantwortet haben wollen. Aber ich glaube, das kann ich mir auch sparen. Es geht eben darum, ob da entsprechend, was die Neuköllner Begegnungsstätte, NBS angeht, ob es da durch das Ausland, insbesondere durch die Muslimbrüder Finanzierungen gibt. Und da werden wir vielleicht dann nachher ein bisschen was zuhören. Ich gehe demnach auch von dem Einverständnis aller Fraktionen aus, dass wir Punkt 3 an dieser Stelle vertagen. Ich sehe aber, Herr Schrade hat noch eine Anmerkung. Ich habe jetzt noch mal eine Nachfrage an die Antragsteller hier dieses Tagesordnungspunkts. Sie fragen ja hier, welche Erkenntnisse der Verfassungsschutz hat, nicht nur zur Neuköllner Begegnungsstätte, sondern zur Finanzierung von Moscheen beziehungsweise Begegnungsstätten wie der MBS. Also im Grunde könnte man sämtliche Moscheen Berlins jetzt abfragen. Meine Frage wäre, ob Sie das wollen. Also wollen Sie das jetzt so allgemein behandelt haben? Weil dazu könnte der Nachfrage auch nicht sagen. Das war nur meine inhaltliche Nachfrage. Genau. Vielen Dank, Herr Schrader. Herr Standfuß, Sie können auch gleich einmal kurz entgegnen. Ich weise dennoch einmal kurz darauf hin, dass wir hier im Ausschuss für Verfassungsschutz sind und deshalb auch von Seiten des Verfassungsschutzes natürlich nur verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse nachher vorgetragen werden können und alle anderen Fragen in den dafür zuständigen Ausschüssen geklärt werden müssen. Aber Herr Standfuß darf gerne auch noch mal entgegnen. Sie haben ja jetzt schon das Wort sozusagen aus dem Mund herausgenommen. Es geht um die verfassungsrelevanten Fragen, aber da ist es durchaus allgemeingültig. Geht auch für andere Moscheen. Gut, dann war das aber vielleicht trotzdem hilfreich, um ein gemeinsames Verständnis der Fragestellungen zu erreichen. Wie gesagt, werden wir diesen Punkt dann in den Geheimschutzraum vertagen und kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung. Ebenfalls eine Besprechung gemäß 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung. Erkenntnisse des Verfassungsschutzes bezüglich Radikalisierung innerhalb der Klimabewegung auf Antrag der Fraktion der FDP. Und Herr Krestel, wenn Sie wünschen, dürfen Sie den Tagesordnungspunkt gerne einbringen. Ja, also das ist ja nur nicht zum ersten Mal, dass ich für die FDP in diese Richtung hier nachfrage. Und ich war ja sonst immer auf die entsprechenden Äußerungen des Leiters des Hamburgischen Verfassungsschutzes angewiesen, der sich ja schon lange hier immer also sehr klar zu Gruppen wie zum Beispiel Extinction Rebellion geäußert hat. Und jetzt liegen zumindest, jetzt mussten wir das ja aus den Medien entnehmen. Also weitere Äußerungen vor zum Beispiel aus der neuen Osnabrücker Zeitung vom zweiten Zehnten dieses Jahres, wo der niedersächsische Verfassungsschutz vor radikalisierten Klimaaktivisten warnt und Straftaten seien für sie kein Tabu. Wir haben das ja heute in der Stadt auch wieder erlebt. Und in diesem Artikel kam unter anderem auch der Extremismusforscher Alexander Strassner zu Wort und erklärte, dass er Parallelen zur Entstehungsschichte der einzigen, linken Terrororganisation der AAF sehe. Das will ich überhaupt nicht mal so weit denken. Wenn ich mir das so angucke in Berlin, dann sind das Menschen, die auf mich schamlos wirken, weil Menschen, die anderen Menschen nötigen, die Menschen an der Arbeit hindern, die krankentransportige Pferden, die sind harmlos. Bloß ich meine, man müsste da so langsam mal zu dem Punkt kommen, da diese Szene also auch mal zumindest in die Richtung geprüft wird, wenn dort fortgesetzte Straftaten als legitime Mittel des politischen Handelns angesehen werden, inwieweit die bereit sind, in dem politischen Extremismus abgleiten. Und der besagte Artikel hat also nicht mehr die die Gruppe Stinction Rebellion benannt, sondern zum Beispiel auch die Gruppe Ende Gelände, die ja bei den Auseinandersetzungen im Hambacher Forst da zahlreiche Straftaten gegen Polizeibeamte verübt hat. Und in wie weit kann der Berliner Verfassungsschutz diese Ansichten inzwischen teilen? Gibt es inzwischen neue Kenntnisse oder wird dieser ganze Komplexi immer noch als nicht verfassungsschutzrelevant behandelt? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krestel, für die Begründung. Ich übergebe das Wort auch hier wieder an Senatorin Spranger. Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja in den verschiedensten Ausschüssen schon auch über die Klimaaktivisten gesprochen. Zum Verfassungsschutz wird Herr Fischer dann was sagen. Sie kennen ja schon, das haben wir ja auch in der letzten Plenarsitzung noch mal miteinander besprochen. Meine Auffassung ist sehr klar. Wir werden keinerlei Straftaten akzeptieren und Straf- und insbesondere auch Gewalttaten sind keinerlei Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das geht nicht. Sie haben ja einiges schon in Ihrer Begründung auch gesagt. Und ich bin mir dort auch mit der Polizei sehr, sehr einig, dass wir sehr konsequent unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten und die haben wir ja jetzt schon auch entsprechend eingeleitet, alle Maßnahmen dagegen auch unternehmen, gegen Straftaten vorzugehen. Sie wissen, dass einzelne Straftaten jetzt auch von der Staatsanwaltschaft bearbeitet werden, einzelne Strafen auch schon ausgesprochen worden sind. Das hatte ja auch die Justizsenatorin am letzten Donnerstag entsprechend ausgeführt. Ich muss Ihnen sagen, es ist eben, es ist das falsche Mittel, was streckenweise als Straftat gemacht wird, obwohl man die Klimapolitik ja mehr oder weniger sich dagegen stellt, wie es gemacht wird. Aber das mit Straftaten zu machen, das ist eben nicht richtig. Und das muss natürlich entsprechend geahndet werden. Und das tut die Polizei, das tun auch im Übrigen jetzt die anderen Bundesländer, weil nicht nur Berlin ist ja damit betroffen, sondern eigentlich europaweit oder sogar weltweit sind ja Klimaaktivisten unterwegs und machen entsprechende Straftaten. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich es schade finde, dass Sie Straftaten dazu nehmen, um Ihre Interessen dort deutlich zu machen. Das muss anders gemacht werden. So, zum Verfassungsschutz würde ich jetzt Herrn Fischer noch mal bitten, dort auch seine Ausführungen zu machen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Um es gleich vorweg zu sagen, die Klima- und Umweltschutzbewegung in Gänze ist kein Beobachtungsobjekt des Berliner Verfassungsschutzes. Das soll aber nicht den Blick darauf vorstellen, dass das Thema auch von Linksextremistinnen und Linksextremisten vor allem besetzt wird. Darauf hat der Berliner Verfassungsschutz auch in den vergangenen Jahren immer hingewiesen. Ich erinnere an die Verfassungsschutzberichte der Jahre 2020 und 2021. Daran haben wir beispielsweise dargestellt, wie die Interventionistische Linke dieses Thema für sich instrumentalisiert hat, um Anschluss an und Einfluss auf gesellschaftlich relevante Gruppen zu gewinnen. Klimaschutz dient für die EL, wie sie in Kurzform heißt, dabei als Türöffner und Brücke, um über die grundlegende Forderung der Gruppierung nach Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dann eben auch transportieren zu können. Das zeigt also, dass auch Linksextremistinnen und Linksextremisten das Thema des Umwelt- und Klimaschutzes nutzen, um zu politisieren und zu radikalisieren. Aber um jetzt an die Diskussion eben anzuknüpfen, das macht das Thema dadurch nicht gesellschaftlich weniger relevant. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Vielen Dank, Herr Fischer. Gibt es an dieser Stelle Nachfragen? Bisher habe ich Herr Schrade auf der Redeliste, der auch hiermit das Wort hätte. Ja, nicht eine Nachfrage, aber eine Bemerkung. Also, das hatten wir hier schon ein paar Mal. Ich fand in der Anmeldung, aber auch in der Begründung, durch die FDP-Fraktion war wieder wie so eine, finde ich, inakzeptable Pauschalisierung und ein Rücken der gesamten Klimabewegung in das Spektrum der Verfassungsfeindlichkeit. Ich verstehe, dass Sie politisch agieren gegen bestimmte Gruppierungen und gegen bestimmte Formen, bestimmte Aktionsformen, die aus Gruppierungen hervorgeht. Aber ich habe es hier schon mal gesagt, nicht jede Form des zivilen Ungehorsams ist gleich ein Fall für den Verfassungsschutz. Es ist noch nicht einmal jede Form der Straftat ein Fall für den Verfassungsschutz, für eine Beobachtung. Es geht um das Kriterium der verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Und deswegen bin ich dankbar für die Klarstellung von Herrn Fischer, dass er das nochmal gesagt hat. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber dass das hier auch nochmal klargestellt werden muss, dass die Klimaschutzbewegung kein Beobachtungsobjekt ist des Verfassungsschutzes, scheint ja offenbar noch nötig zu sein. Insofern kann man sich möglicherweise auf einzelne Akteure hier konzentrieren, um die es hier geht. Ob man hier beobachten muss oder nicht, kann man sich auch darüber streiten. Aber zumindest in dieser pauschalen Formulierung finde ich das mehr als unkonstruktiv beziehungsweise diskreditierend auch für bestimmte Gruppierungen. Wenn es darum geht, das Klima zu schützen, auch das ist natürlich keine verfassungsfeindliche Bestrebung. Im Gegenteil, wir haben ja seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021, dieses berühmte Klimaurteil, sogar die Situation, dass höchstgerichtlich festgestellt worden ist, dass der Klimaschutz eine Pflicht des Gesetzgebers ist, die direkt aus dem Grundgesetz abzuleiten ist. Insofern, ja, das rechtfertigt keine Straftat, das sagt ja auch keiner. Aber insofern ist das sozusagen, muss man den Spieß da schon umdrehen. So und erst wenn es wirklich Bestrebungen gibt, die demokratische Grundordnung anzugreifen, zu zerstören, dann kommt eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz überhaupt erst in Betracht. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn sich da Leute auf die Straße kleben, weil sie bestimmte Klimaschutzziele erreichen wollen. Da kann man darüber streiten, ob die Aktionsform geeignet ist, ob die gesellschaftlich akzeptabel ist, ob die strafbar ist und so weiter. Aber für den Verfassungsschutz ist das einfach kein Thema. Vielen Dank, Herr Schrader. Ich sehe, es gibt weiteren Diskussionsbedarf. Herr Krestel und danach Herr Herrmann. Herr Krestel, Sie haben das Wort. Tja, also das wird ja nicht auf den gleichen Nenner kommen, Herr Schrader. Das ist mir schon bewusst. Aber es ist natürlich so, dass Sie da versuchen, die Sache immer umzudrehen. Und Sie sprechen immer von der Diskreditierung der Klimaschutzbewegung. Also ich habe ja da bereits in der Begründung ganz bestimmte Gruppierungen benannt, die von sich behaupten, sie wären Teil oder vielleicht sogar die Speerspitze der Klimaschutzbewegung. Und zu denen gehören eine erhebliche Anzahl von Personen, die das Fortgesetzte das Begehen von Straftaten als Mittel der politischen Betätigung ansehen. Und es ist eben kein Spaß, wenn man in Großstädten oder auf Autobahnen die Straßen sperrt, wenn da Menschen in Krankenwagen also nicht mehr durchkommen. Und dass sie versuchen, zumindest ist das ja mein Eindruck, zu verniedlichen, was die machen. Und da gibt es aber nichts zu verniedlichen. Wenn da Krankenwagen aufgehalten werden, wenn da Fahrzeuge der GASAG oder der anderen Fahrzeuge die kritische Infrastruktur zum Beispiel in Stand halten oder reparieren, müssen nicht mehr durchkommen, dann ist das zumindest eine abstrakte Gefährdung. Die sehe ich ganz schnell in eine konkrete Gefährdung und in einen konkreten Schaden wandeln kann. Und dies ist gesellschaftlich zu bekämpfen. Und man muss eben auch bei diesen Daten genau hinsehen. Wenn da vielleicht mal auf einer Demo Straftaten begangen werden, wo zum Beispiel Leute hineingeraten, die, ich versuche mal ein Beispiel zu bilden, die schubsen einem Polizeibeamten, dann können sie sich also ganz schnell im Widerstand gegen Vollstreckung zu Beamten befinden. Das ist aber noch nicht dies, was man Extremistisch nennt. Wenn sich aber Leute regelmäßig, alle Woche wieder verabreden, um und wenn es nur durch dieses alberne Festkleben ist, letztlich Nötigung oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und andere Dinge zu begehen, dann muss man die unseres Erachtens zu beobachten beginnen, sobald zu erkennen ist, dass dies ein regelmäßiges Mittel geworden ist, um also politische Mitteilungen in die Öffentlichkeit abzusetzen. Vielen Dank, Herr Kressel. Dann Herr Herrmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Lieber Kollege Schrader, natürlich haben Sie recht, nicht jede Straftat ist automatisch ein Fall für den Verfassungsschutz. Allerdings, und das hat der Kollege Kressel eben schon sehr deutlich gemacht, sollte man bei der Klimabewegung, gerade auch angesichts der zahlreichen Postulate der letzten Woche, Monaten, doch schon mal genauer hinschauen. Und es ist eben nicht so, wie Sie es hier immer wieder versuchen zu beschönigen. Es sind Straftaten und es sind Straftaten, die auch gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Wenn man hier ankündigt, Sachbeschädigungen in großem Stil umzugehen und Sie das hier noch gutheißen, und Sie sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Ich will nur daran erinnern, was der Gründer von Ende Gelände dem Spiegel seinerseits gesagt hat. In der Klimakrise kann sich die Bewegung gerade zwischen Irrelevanz und Militanz entscheiden. Und zumindestens Ansätze sind für Militanz sichtbar. Und diese Ansätze für Militanz, für einen gesellschaftlichen Umbruch, der damit einhergeht, der angekündigt ist, teilweise hinterher zurückgenommen wird als Witz. Das kennen wir auch von anderen extremen Parteien, Organisationen, wo man dann auf der Maus ausgerutscht ist. Sollte man beobachten, sollte man ernst nehmen. Und das war der Appell, glaube ich, den die FDP-Fraktion hier auch noch mal im Abgeordnetenhaus deutlich machen wollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Herrmann. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Die Frage, ob der Senat dazu noch mal eine Stellungnahme abgeben will, dann gerne Frau Senatorin Spranger. Ja, selbstverständlich. Wir müssen hier, glaube ich, noch mal einige Sachen auseinanderhalten. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit den Straftaten, mit den Nötigungen und so weiter, das sind alles Sachen, die wir mit der Staatsanwaltschaft vor Gerichten klären müssen. Dort gehört es auch hin. Das, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben mit Beobachtungen und so weiter, das wird Herr Fischer jetzt gleich noch mal sagen. Er hat es ja nun schon gesagt, aber auch noch mal wiederholen. Nichtsdestotrotz, noch mal ganz klar, werden Straftaten, werden Nötigungen passieren, die müssen, die selbstverständlich geahndet werden. Da haben Sie völlig recht, das habe ich auch zigmal schon gesagt. Ich wiederhole mich da gerne noch mal. Aber was den Verfassungsschutz angeht, da müssen wir noch mal einiges auseinanderhalten. Und deshalb bitte, Herr Fischer. Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich wirklich mal so ein bisschen unser Prüfungsergebnis hier darstellen. Wir haben das sorgfältig juristisch geprüft. Auch die Dinge, die sich da ranken um diese Sitzblockaden. Dabei ging es nicht darum, ob das eine Straftat an sich ist, die dann Straf zu verfolgen wäre. Sondern darum, ob dabei die Beobachtung durch den Berliner Verfassungsschutz eröffnet ist oder nicht. Und wir sind zu dem Ergebnis eben gekommen, dass das nicht der Fall ist und mussten dabei eben auch reichlich vorhandene höchstrichterliche Rechtsprechung heranziehen. Es geht im Kern eben um die Frage, handelt es sich um eine Ausrichtung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung von der Zielsetzung her? Bei der Zielsetzung geht es nicht darum, die freiheitliche demokratische Grundordnung, also Menschenwürde, Demokratieprinzip oder Rechtsstaatsprinzip außer Kraft zu setzen. Also gibt es noch eine zweite Voraussetzung, die man prüfen kann und muss. Das ist nämlich die Frage, richten sich diese Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes? Und da sagt die Rechtsprechung relativ eindeutig, dass das der Fall ist, wenn der Bestand oder die Funktionsfähigkeit eines Staates infrage gestellt wird. Und das ist für uns aus unserer Sicht noch nicht gegeben, weil die Polizei immer in der Lage gewesen ist, auf die Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in entsprechender, also Ordnung haben wir ja hier nicht mehr in der öffentlichen Sicherheit, entsprechend zu reagieren und auch die Störung letztlich zu beheben. Und weil wir genau an dieser Frage gemessen werden, sind wir eben dazu gekommen, dass diese Sitzblockaden, auch wenn sie vermehrt auftreten, auch wenn man sich planmäßig dazu verabredet, wobei man auch die Anmerkung treffen muss, die Leute nehmen ja auch die Strafe hin. Also es ist dann ein Akt des zivilen Ungehorsams, wie hier schon gesagt worden ist. Also auch wenn das in dieser Massiertheit auftritt, eben die Zuständigkeit des Verfassungsschutzes in Berlin jedenfalls nicht eröffnet ist. Ich wiederhole das noch einmal gerne, weil die Funktionsfähigkeit des Staates noch nicht infrage steht. Und deswegen sind wir an der Stelle raus. Gut, vielen Dank, Frau Senatorin, vielen Dank, Herr Fischer. Gibt es dazu noch einmal Aussprachebedarf? Den sehe ich an der Stelle nicht. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich nicht mitdiskutieren darf, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Thema, sei es hier oder im Innenausschuss, sicherlich noch das ein oder andere Mal besprechen dürfen. Aber ich würde dann fortfahren, wie vorgesehen, mit dem Punkt 5 der Tagesordnung, den besonderen Vorkommnissen. Hier ist ein besonderes Vorkommnis von Seiten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vorab eingegangen. Ich lese die Frage einmal kurz vor. Welche Erkenntnisse hat der Verfassungsschutz über die Teilnahme sowie aktiven Beteiligung und Mobilisierung rechtsextremer und oder staatsdelegitimierender Akteure auf der von der AfD angemeldeten Demonstration im Regierungsviertel am 8.10.2022? Ich bitte den Senat, Herr Fischer, für den Senat und den Verfassungsschutz um Beantwortung der Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Wir können jetzt auf der Basis der bisher vorliegenden und jetzt schon ausgewerteten Erkenntnisse etwas sagen. Das liegt jetzt gerade zwei Tage zurück, also einen Arbeitstag. Insofern sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt noch nicht hundertprozentig ins Detail gehen kann. Immerhin kann ich mich äußern zur Mobilisierung und Beteiligung traditioneller Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten sowie Anhängerinnen und Anhängern des Spektrums der verfassungsschutzrelevanten Staatsdelegitimierung, wie es auch in der Frage vorgesehen war. Was die Teilnahmeaufrufe im Vorfeld anbetrifft, so wurde aus dem Spektrum des traditionellen Rechtsextremismus kaum für die Demonstrationen mobilisiert. Parteien wie der Dritte Weg oder auch die NPD thematisierten die Veranstaltung nicht und riefen auch auf ihren offiziellen Kanälen nicht zur Teilnahme auf. Das gilt im Wesentlichen auch für das Neonazi-Spektrum, in dem die Demonstration lediglich von einzelnen Personen aufgegriffen wurde. Demgegenüber stellt sich das Bild im Bereich der Staatsdelegitimierung uneinheitlich dar. Zwar war auch hier keine flächendeckende Mobilisierung festzustellen, allerdings stieß die Demonstration in Teilen der Szene durchaus auf Interesse. So wurde in Telegram-Kanälen und hier insbesondere in pro-russischen Chatgruppen, aber auch auf einzelnen Demonstrationen, die in den vergangenen Wochen montags, vor allem in den ostdeutschen Ländern stattfanden, zur Teilnahme am Aufzug in Berlin aufgerufen. Zur konkreten Teilnahme von Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten sowie den Anhängerinnen und Anhängern der Staatsdelegitimierung liegen so kurz nach der Veranstaltung bislang nur Einzelerkenntnisse vor. So lässt sich zum Beispiel sagen, dass das Kompaktmagazin mit einem Stand vertreten war. Darüber hinaus konnten innerhalb des Aufzugs unter anderem einzelne Anhängerinnen und Anhänger der NPD, des Dritten Weges und auch des Spektrums der Staatsdelegitimierung festgestellt werden. Nach dem ersten Eindruck hatten sie jedoch keinen prägenden Einfluss auf das Demonstrationsgeschehen. Detailliertere Erkenntnisse liegen, wie gesagt, noch nicht vor. Wir werden das aber in enger Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbehörden in den nächsten Tagen auswerten und uns dazu auch informatorisch austauschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fischer. Gibt es Nachfragen von Seiten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen oder jemand anderem? Das sehe ich nicht. Dann gäbe es jetzt noch die Möglichkeit für spontane Fragen aus anderen aktuellen Anlässen. Auch das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann frage ich noch den Senat, ob es, Frau Senatorin, vielen Dank, ob es von Seiten des Senats noch weitere Punkte zu berichten gäbe. Das sehe ich auch nicht. Und wir kommen damit zu Punkt 6 der Tagesordnung. Das ist verschiedenes. An dieser Stelle nur der Hinweis, dass unsere nächste Sitzung am Montag, den 21. November 2022 um 14 Uhr hier in Raum 376 stattfindet. Ich schließe damit diesen Teil der Sitzung und bitte die Sprecherinnen und Sprecher in ca. 10 Minuten in den Geheimschutzraum zu kommen. Ich bedanke mich bei allen anderen für das Interesse und wünsche einen schönen Restmontag. Vielen Dank. Vielen Dank.